und jetzt geht es hier weiter den ball holt er sich vollkommen problemlos kann er den ball behaupten und klasse durchgesetzt zu früh gestartet oder kam der pass zu spät egal so oder so es ist abseits ramsay da ist er aufmerksam und hat den ball klasse johansen oder geht am gegenspieler vorbei flanke kommt wird das eine chance das war schon überzeugend was er da im ersten durchgang geboten hat ganz wichtige aktion da kurz vor ende des ersten durchgangs er hat das führungstor erzielt und klar kurz vor zwei minuten war kurz vor ende klar was soll dazu für taggeber fachs war das geschieht und hat den ball jetzt haben sie den ball können sie jetzt einen angriff einleiten das ist sein spiel immer auf höhe der verteidiger wenn es gut geht oder freie bahn aber hier war es abseits das war einfach und er hat den ball macht doch vorgabe jetzt gibt es einen einwurf jetzt geht es gar nicht das sehe ich mir nicht ein das ist der gute karte ja klar elunussi schuss so wird das nix mit dem tor der teute ist da jetzt gärts bay und nun ein schuss ja die dinger kann grundsätzlich ja auch das haben wir schon häufiger gesehen ja war klar dass hier noch was nachkommt recht die gelbe karte da kann er sich nicht beschweren diese verwarnung geht so dass du kein freistoß ramsay könnte sein dass der spieler der am boden liegt sich eine muskelverletzung zugezogen hat das ist so sein kann der aber geht auf der der ist hier auch völlig egal die krägern den krieg schon der liegt der ist hier die ist sehr gut starke flanke schießt er ihn rein hier ist ganz viel besser und es muss auch besser werden wenn sie doch mal ins spiel zurückkommen wollen gut den ball hier im mittelfeld erobert wählern war also ich das schon schade gut gemacht den ball holt er sich kurze unterbrechung der ball ist im seitenhaus johannsen seien da zieht er ab kein guter schuss der geht weit vorbei in der grafik sehen wir jetzt wie die ballbesitzwerte verteilt sind viel nehmen sie sich da nicht das war auch mein eindruck vom spiel jetzt geht es mit einem einwurf weiter hast du nicht komisch war komisch war besitze noch schlecht lassen von mir der kann noch den schuss geht ja gar nicht komisch ist mir zollstümer rein hat hier ist unterbrochen es gibt einwurf und den ball wirft er direkt ein wichtig dass er hier eine gar nicht hin liebes spiel jetzt ist die gefahr vorbei der torte hat den ball jetzt können sie gleich den ball einwerben david korte will erler da hat er geahnt dass die grätsche kommt und springt einfach drüber super timing den ball holt er sich viel versprechender angriff aber dann kommt doch jetzt vielleicht gut da macht er ihn rein und noch eins sie sind hier klar besser und belohnen sich mit diesem tor nochmal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive 2 2 2 2 2 und jetzt ein schuss das wird gefährlich es gibt freistoß die frau statistik ist gerade eingeblendet super gemacht vom torhüter erholt sich den freistoß da wohl kein guter abbau vom torhüter er geht in seiten aus david korte will 2 2 3 3 super gemacht vom torwart es gibt eine ecke eine gute gelegenheit alles richtig gemacht vom unterteilschen erster vorteil jetzt doch noch super gemacht den klärte hervorragend passen korte will sauber und fair vom ball getrennt hier so der lund david korte will regulär sind hier noch drei minuten ja ich führe jetzt scheiße wählen klasse aufgepasst er kommt an den ball ganz stark gemacht das gibt eine gute gelegenheit da geht er das risiko versucht den steil pass aber er kommt nicht ganz an da kommen sie im ball besetzt sehr gutes tackling ich habe kein tor gemacht das ist auch verdient geworden Mechiko hat verloren. Nee, gar nicht. 0-0 gegen Deutschland. Gott. Und... Rückspielen. Die Trinieren brauchen wir nicht, ne? Ja, Marvin. So, nehme ich die jetzt. Blau oder Rot, Weiß. Lassen wir mal entscheiden. Pass das zusammen. Malgeruf. Lassen wir schon. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, du bist du? Oh, du bist du? Oh, du bist du? Das ist ein Korre-Mek. 2, 3, 4 Zwei, Tübe Flitzer Flitzebogen Er schießen ja, ist das ein Problem Hoffmann? Hä? Na, Hoffmann Ja Ja Da kommt natürlich immer die Schnelligkeit wegen Schnelligkeit rein Elfenbanddeckung Und die könnten alle nix hier Ja Abschluss nix, gar nix, gar nix, gar nix, gar nix, gar nix Ja, nichts Zwei, äh, zwei nur würd ich hin gewinnen Aber Konsoren Wie, wie gut ihr dann Twitter 54 54 54 54er Twitter Ja Ento Echt so einen guten reingetan malen Wollt ihr nicht nur mich auf die Frosse gekriegen Ist so langweilig 50 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 100 50 50 50 50 50 50 50 50 45 50 50 Bis zum nächsten Mal.